Das heutige Horoskop, Skorpion, 29. Oktober 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Jetzt und in den kommenden Tagen steht Ihnen eine aufregende Zeit voller Leidenschaft und Spiel bevor. Während der mächtige Mars, der rote Planet des Sex, des Antriebs und der Energie weiterhin seinen Weg durch Ihr Solarhaus der Identität, Ihres Sternzeichens, bahnt, werden Sie sich übermütig und bereit für neue Horizonte fühlen. Während er seine Reise durch den Himmel fortsetzt, wird er eine direkte Opposition zum herrlichen Jupiter herstellen, unserem Planeten der Wunder, der Expansion und des Glücks, der jetzt von Ihnen in Ihrem Solarhaus der Partnerschaften über den Himmel kreist. Dies stellt sicher, dass Sie ein aufregendes Abenteuer vor sich haben, wenn Sie langfristig planen, insbesondere wenn es um Reisen mit Ihrem einzigen Partner geht. Sie werden dort ankommen, wo Sie sein müssen. Versuchen Sie, keinen Gräuel über Ihr Arbeitsleben zu hegen, wenn der Mond im Widder mit dem retrograden Chiron im Widder und dem Nordknoten im Widder verbunden ist. Es kann eine Herausforderung sein, nicht frustriert zu sein, insbesondere im Umgang mit bestimmten Kollegen oder wenn Sie mit Ablehnung konfrontiert werden. Auch wenn Sie ermüdend sind, sind diese Transite Ihre kosmische Erinnerung daran, dass jedes Thema Ihnen dabei helfen wird, sich in Ihrem Arbeitsleben neu zu orientieren. Durch Versuch und Irrtum werden Sie Ihr Ziel in Ihrem Arbeitsleben erreichen. Es gibt oft mehr, als man auf den ersten Blick sieht, selbst für eine sensible Seele wie Sie. Möglicherweise sehen Sie mehr als die meisten anderen, konzentrieren sich aber möglicherweise nicht auf das, was sich direkt vor Ihnen befindet. Der Aspekt des Tages macht uns allen bewusster, was für das Herz wirklich wertvoll ist und was nur eine vorübergehende Einbildung ist. In dieser Zeit der spirituellen Expansion ist es wichtig, sich zu zentrieren. Ihr Körper, Ihre Gesundheit und Ihre Beziehungen verdienen Ihre besondere Aufmerksamkeit. Die Stunde ist gekommen, in Ihrem Berufsleben deutlich voranzukommen. Seien Sie methodisch und geduldig, aber zögern Sie nicht, Ihre Dynamik und Ihr Engagement zu bewahren. Wenn Sie in Ihrem Familienleben dazu neigen, Ihre Familie und Freunde zu vernachlässigen, wird Ihnen ein Freund helfen, etwas Neues zu beginnen. Darüber hinaus sollen die Schwingungen der Woche den Einstieg in eine Aktivität begünstigen und es Ihnen ermöglichen, vor allem im Gefühlsleben schnell wieder den Stier bei den Hörnern zu packen. Während sich der Mond nicht mehr in einem spielerischen und kreativen Teil Ihres Horoskops befindet, sondern stattdessen in Ihren Arbeitsbereich zurückgekehrt ist, um die Arbeitswoche nach Hause zu bringen, ist es unwahrscheinlich, dass das Leben nur noch aus Arbeit und ohne Vergnügen besteht. Stattdessen beginnen Sie in den ersten Tagen Ihres Geburtstagsmonats zu spüren, dass dieser neue Solar sich stark auf Herzensangelegenheiten und alles, was Spaß macht, verspielt, romantisch und kreativ ist, konzentrieren wird. Man kann zwar nicht anhand des ersten Eindrucks urteilen, aber selbst das, was der Mond in Bezug auf das Potenzial als Verstärkung an der Jobfront ansieht, ist ein Vorgeschmack auf das, was Sie im kommenden Jahr erwarten können. Deshalb ist von Anfang an eine Balance zwischen Arbeit und Freizeit wichtig. Da der Mond in den frühen Morgenstunden Ihres Geburtstagsmonats in Ihren romantischen Bereich zurückkehrt, liegt der Fokus nicht nur von Anfang an auf Herzensangelegenheiten, sondern es bedeutet auch, dass sich der Kreis schließt, bevor die Sonne verschwindet. Ihr Geburtstagsmonat wird durch die monatlichen Besuche des Mondes in Ihrem romantischen Bereich abgerundet und sein gestriger Weggang hat Ihnen nur einen Vorgeschmack auf die Kräfte hinterlassen, die auch im kommenden Jahr Herzensangelegenheiten formen und stärken werden. Das wird wirklich ein großes Jahr für die Liebe. Täglicher Planetenüberblick Heute bringt der Widermund einen herausfordernden Aspekt in unsere emotionale Landschaft und stellt unsere Geduld und Belastbarkeit auf die Probe. Seine Verbindung mit dem heilenden Zentorn Chiron, der sich derzeit im feurigen Widder im Rückschritt befindet, kann diese Gefühle verstärken, insbesondere wenn Sie Ihre Selbstvorsorge in letzter Zeit vernachlässigt haben. Im Laufe des Tages ermutigt uns der Mond, uns vor unnötigen Dramen zu schützen, die von äußeren Kräften auf uns projiziert werden. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um über Ihre Gefühle nachzudenken und sie in Worte zu fassen. Diese Selbstreflexion wird Ihnen ein konkreteres Verständnis Ihrer inneren Welt vermitteln. Ihre angeborene Fähigkeit, sich für eine Sache einzusetzen, und Ihr einfühlsarmes Wesen, das es Ihnen ermöglicht, auf die Bedürfnisse anderer einzugehen, sind nicht nur ein persönlicher Vorteil, sondern haben auch erhebliche Auswirkungen auf Ihre familiären Beziehungen. Denken Sie jedoch bei der Planung Ihres nächsten Abenteuers oder bei der Überlegung über einen besonderen Kauf daran, Ihre eigenen Bedürfnisse nicht zu vernachlässigen. Wenn Sie sich zu sehr anstrengen, um auf die Wünsche anderer einzugehen, fühlen Sie sich möglicherweise ausgelaugt. Obwohl Sie möglicherweise verlockende Angebote zu gewinnbringenden Investitionen erhalten, sollten Sie Vorsicht und Geduld walten lassen. Möglicherweise fehlen Ihnen alle notwendigen Informationen, es lauern versteckte Fallstricke oder unangenehme Überraschungen oder ein unglücklicher Zufall könnte Ihre Finanzpläne durchkreuzen. Denken Sie daran, dass in der Welt der Geldtransaktionen Geduld eine Tugend ist und dass heute kein günstiger Tag für erfolgreiche Geschäftsanstrengungen ist. Vermeiden Sie riskante Projekte, da die Gewinnchancen gering sind. Auf lange Sicht könnten impulsive Entscheidungen heute zu erheblichen Verlusten führen, und Sie werden die getroffenen Entscheidungen wahrscheinlich bereuen. Seien Sie bei kleineren Transaktionen besonders wachsam, um nicht getäuscht zu werden. Himmel für heute Vor der bevorstehenden Ankunft des Mondes in Ihrem Einkommensbereich, wo er als kraftvoller Vollmond erstrahlen wird, braut sich im Finanzbereich eine spürbare Spannung zusammen. Dieser sich zusammenbrauende Konflikt entsteht durch den Gegensatz zwischen Mars, der derzeit in Ihrem Finanzsektor stationiert ist, und Jupiter, der auf der anderen Seite der Himmelsfläche in Ihrem Einkommenssektor positioniert ist. Diese Planetenriesen symbolisieren Leidenschaft und Glück, und ihr Kampf führt zu einem dynamischen himmlischen Showdown. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese kosmischen Gegner die einzigartige Fähigkeit haben, finanzielle Spannungen in einen starken Motivator umzuwandeln. Da Merkur in nur 13 Tagen seiner bevorstehenden Ankunft in Ihrem Finanzsektor immer näher rückt, ist dieses himmlische Ereignis von großer Bedeutung. Es wird in diesem Jahr die erste planetarische Aktivität auf der finanziellen Seite des kosmischen Zauns sein. Normalerweise dauert der Besuch von Merkur etwa 14 bis 15 Tage, aber dieses Mal verabschiedet er sich erst im Januar. Dieser verlängerte Aufenthalt stattet Sie mit den Ressourcen und Erkenntnissen aus, die Sie für die Bewältigung dieses Geschäftsjahres benötigen, und schafft die Grundlage für das, was vor Ihnen liegt. Wenn Sie nach Mitteln für neue Projekte suchen, begünstigt das kosmische Klima Ihre Unternehmungen. Vertrauen Sie auf den Rat von Freunden, denn Ihre Ratschläge sind wahrscheinlich aufrichtig und wertvoll. Dies ist ein günstiger Zeitpunkt, um Einkäufe zu tätigen, da Sie kluge Entscheidungen treffen und es weniger wahrscheinlich ist, dass Sie sich von überzeugenden Verkaufstaktiken beeinflussen lassen. In Ihrem persönlichen Bereich, insbesondere im Bereich Ihres Zuhauses und Ihrer Familie, bemerken Sie möglicherweise eine Atmosphäre der Anspannung und ein Gefühl ständiger Kritik. Es könnte sich anfühlen, als ob alles, was Sie tun, auf dem Prüfstand steht. Bevor Sie reagieren, nehmen Sie sich einen Moment Zeit zur Selbstreflexion. Einige der Kritiken, die Sie erhalten, enthalten möglicherweise ein Körnchen Wahrheit. Wenn Sie ruhig und nachdenklich reagieren, können Sie schnell wieder Vertrauen zu Ihrer Familie aufbauen.